hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten video auf meinem kanal und es ist der letzte qualifier des monats oder des tages fncs ist nächstes wochenende schon wir streamen das ganze natürlich live auf unserem kanal und heute haben wir wieder zwei special guest mit am start unsere söhne badial und reason leute es ist der letzte qualifier um euch das einmal kurz zu erklären wie das prozedere abläuft okay ich mache wieder die die zwei die zwei hände okay wir haben einmal wieder upper bracket wir haben einmal lower bracket in beiden wird jeweils nur drei runden gespielt okay ihr müsst verstehen nur drei runden werden gespielt pro runde pro upper und lower bracket und upper bracket da kommst du nicht mehr rein da qualifizieren die top 15 richtig ok upper bracket top 25 drei wieder mit einem sieg wahrscheinlich keiner mit sieg nur consistency ok das heißt die top 25 nur durch consistency qualifiziere ich direkt ins fncs finale die 25 die da nicht drin sind kommen ins lower bracket aus dem upper bracket teil zwei kommen die 25 und kommen ins lower bracket und dann ist die letzte chance sich nochmal zu qualifizieren und das sind dann 15 teams aus dem lower bracket kommen dann auch direkt ins fncs finale und dann haben wir unser großes finale schon ready die meisten deutschen sind schon qualit was unglaublich geil ist leute aber wie savage oder chap oder aqua und noah fast rookie und wie sie alle heißen müssen sich jetzt noch qualifizieren falls euch das ganze gefällt spielt gerne meine 1v1 map natürlich auch gerne die von meinem sohn denn support ist support und meine lieben freunde vergesst natürlich nicht den creator code amma einzutragen oder einen von den jungs reason ne trag mal amma ein ruhig die lost legends und andere sachen macht deswegen kriegst du einige kleinen presser und damit viel spaß mit den highlights wo ich ein riesen gespielt habe und ein geachter wurden ne ja hätten wir eigentlich gewinnen müssen ja dann dieses season müssen wir eigentlich gewinnen coach hat gesellt ja dann hat coach gesellt nein 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 das war sven ich schwöre auf alles wir haben erstens drei runden wir waren erster platz dann sagen wir machen jetzt coach straight auf einmal ich stemm dreimal in search ja ja ich wollte ich wollte es nicht bloß aber es war nicht bloß aber es war nicht bloß ich so das war nicht bloß nein nein was ist nein ich konnte nicht zu editieren was ist denn das wenn ich wieder der einzige der nicht seine zwei pferde hat die reinkommen dann also das war's ja er hat die tag weil ich ihm das sage was ja bitte mongral chase im chase im chase im ich kann das alles nicht mehr chat also letztlich kann das nicht mehr mein herz kann das nicht das machte da da ist einer das war robob robob kebab er kann er kann er kann in der zone rebooten ganz entspannt die sind beide gleich wieder zurück dabei ist in den chat baby ich hoffe das dicke das sind zwei medkits drei flopper konzentrieren so 15 sekunden davor das ist so smart so machen die das ich hätte volko gerne genommen tatsächlich als pferd du volkos mein pferd mams ich hätte gerne genommen okay wo sind die hater im chat ich wollte sogar king nehmen aus spaß er wird ich eh gebollen er wird 25 da wieder als die ganze zeit genau der letzte platz ist ja ja das ist mir aufgefallen starke runde von denen habe sich genauso der pot mack geht bei 30 api und es ist sicher war bei 57 mongral ja warte mal noah king gegen noah das wäre crazy oh nein beide tot mongral und savage tot digger fuck ging es tot ich gucke danach Geht nicht, linke Seite können nur zwei Waffens bauen. Geht nicht. Geht nicht. Wohl. Ja, die biefen seit sieben Minuten oder so. Ich hab euch gesagt. Wenn ihr bei Khan reinschreiben müsst, Chep hat recht und bei Chep reinschreiben sollen Khan hat recht. Amar hat geschrieben, ich hab recht. Er hat bei mir geschrieben. Nein, er hat bei mir geschrieben. Ich hab' mir das geil von Korni gemacht. 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 Digga, die ganze Welt ist below oder so was. Oh Pixi? Oh Pixi hat Probleme? Ahhhh! 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 Das wär' so calm auf dem Box, das hat heute noch bei mir kommentiert. Jaja, dieses Donnerzeichen. Ja, ja. Digga, was ist da? Ich schwöre ich wollte sogar Hand nehmen, ne? Mann! Noah Rayleigh tot? Oh, warte mal hier. Blaha und Japko? Blaha! Blaha! No Rayleigh? No Rayleigh? Warte mal, Aqua ist down gegangen, nicht Noah. Volko tot. Nein! Setti tot! Ne, Setti tot! Kami Setti noch alive! Marius auch noch alive! Voll Codown, sehr gut! Jetzt müsst ihr believe in Chat in Noah Rayleigh! Wartexas auch noch alive sind, ne? Wartexas auch noch alive sind, ne? Wartexas tot! Wartexas tot! Wartexas tot! Wartexas noch alive! Kami Setti noch alive! Nate! Henn! Oh, Henn ist auch... Henn ist auch... Henn ist auch fight einfach, so krass, Digga! Noah Rayleigh wird tot, ne? Noah tot! Egal, auf 13. Noah ist super! Boah! Boah! Kami Setti! Oh nein! Egal, das ist auch so ein sicheres Pferd immer! Ich wollte ja auch nehmen, aber er hat dann genommen, als Erstpick! Diox noch alive, Henn noch alive, Chat! Die kenn ich nicht mehr! Digga, die haben 12 Kills, Kate! 12 Kills, Chat! 14! Wartexas! GG! Jo! 15! Und die haben beide 1 HP! Kami Top 3! Ja, GG's! Ist ein GG-Chat! Nur mit 2! Henn gewinnt, fertig! Ohne Eier, aber nicht! Und ohne Bild! Oh oh! Oh oh! What? Äh, Vaske! Die haben ja kaum wieder getrunken! Die haben gepunkt! Hä? Wie ist das? Wir haben kein Metz! Wir dürfen hochspringen! Wir dürfen hochspringen! Wir dürfen hochspringen! Was macht er denn, Kate? Äh! Was? Gewonnen! GG's! Ich hab gesagt, Henn gewinnt! 770 Punkte! Erste Runde, Chat! Qualled! Controller-Gang on the top! Die sind beide schonmal safe-qualled, Chat! GG's! Standings! Aber die hören mich halt nie, Digga! Digga, rede! So, Dioxx und Kate auf dem ersten Platz! Top 2 mit 15 Kills! Oh mein Gott! Dann Henn und Vaske auch mit einem Victory Royale! Aber trotzdem 40 Punkte Differenz! Man merkt anscheinend, Kills sind big! Dann Scrooge runter alle! Franzosen wollen wir nicht wissen! Dann Seti und Kami auf der 6! Noiready auf der 9! Franzosen kennen wir nicht! Ich war Texas auf der 15! Sankil! 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 Eyjop! Tot! Pixi! Aber Top 25 kreuzig! Ja, aber Top 3 mit den besten Spots anscheinend! Boah, guck mal hier! King und Savage! Boah! Was haben wir noch? Aber du brauchst halt nur eine okaye Runde und bist eigentlich durch! Das ist okay, du brauchst schon so 60 Punkte! Du brauchst 40 Punkte! Nein mehr! Nein locker 40! Boah, man kriegt deshalb 25 Punkte! Guck mal, bist du dumm! Ja! Wir werden sehen! Ich predict jetzt, es wird mindestens 50 sein! Wir werden sehen! Gehen rein! Zweite Runde! Drei Runden werden insgesamt gespielt im Upper Bracket! Top 25 kommen weiter! Und danach ist Lower Bracket, wo dann die Top 15 weiterkommen, Chat! Oh, warte mal! Seti? Im Solo 1v2? Tot! Oh, zockt! Na, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Wer redet da im Hintergrund? Wer redet da gerade im Hintergrund? Digga, was labert Pladex seinen Arsch da wieder? Ich würde da ganz gerade nicht rumsitzen mit 34 Ammo 100, 500, 300 und ohne Minis! Und ohne Healing und 0... Und 130 AP! Was würdet ihr dann machen? Auf jeden Fall nicht da sein! Pladex hören! Wohin dann? Wir würden gar nicht in der Situation sein, wo die Kratzer... Und? Aber was wir jetzt machen würden... Wir würden hören, was Pladex macht! Ich hätte zu Cash gehen eigentlich, aber es ist wirklich Cash! Ass Cash! Ich war schon ohne Cash, glaub ich so! Ass Cash! Wer kennt das Video? Ass Cash! Aber hat sie wirklich zwei verschiedene Augenfarben? Ja! 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 Minus 100! Da ist noch einer! Da ist noch einer! Bitte dreh dich dahin! Du hast ihn doch gesehen! Am Stein! Am Stein! Am Stein! Oh mein Gott! Da fickt der Riesenstein! Guck mal! Guck mal! Die lecken sich nach hinten! Es ist wirklich so, als ob du Champions League Finale auf Sand spielst! Ja! Oh mein Gott! Danke! Das macht keinen Sinn! Das macht wirklich keinen Sinn! Eigentlich sollen die nicht in dieser Position sein! Ja! Dann aber toter Code! Die Server gerade! Diese Lobby Leggys! Ja eben! Diese... Bruder! Was ist das? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Riech's aus bitte! Das kann doch nicht competitive sein! Das ist nicht competitive! Also das ist jetzt auch eine Ansage, Digga! F*** diese f***ten Server! Wohin? Was? Ja und jetzt ist er gleich tot! Ja guck! Ich hab's gecallt! Ich hab's gecallt! Genauso passiert's immer! Also die Leggi lobt ganz anders! Teenie! Was machst du da? Was machst du da? Bruder! Waren doch Bruder! Boah! Boah! Digga, also das war wirklich ne Dia Show Chat! Das war ne ganz ganz krasse Dia Show! Die haben zwölf Punkte oder? Digga, es geht um eine Million und die spielen ne Dia Show! Ich bin richtig sauer Jungs! Ich bin angefressen! Andalex hört er was! Er riecht er was! Er riecht er was! Er riecht er ganz doll was! Tot! GG's! Der DMA hat's gerochen! Oh! 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 Oh Gott! Nice! Pablo Vingo! Die sollen mal auf Aqua und Noah rauf! Ah! Da ist es! Hä? Äh! 120! 120! Ja hoch! Ja hoch! Ich hab Heiko 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 hoch! Aqua! Mit der BD-Gun! Auf Heiko, meine lieben Freunde! Ihr müsst believen! Din! 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 Ich hab! Astronomia war mein Lieblingsrasenmäher. Sag ich so wie's ist! ema versa- bida Na ja! Ich hab aber nie die Rechte bekommen, ne! So dumb! Oh mein Gott, der Vox hat auch komplett Qualled. No Rayleigh Qualled! No Rayleigh Qualled! No Rayleigh auf dem Low Ground? No Rayleigh auf dem Low Ground? Ach, Kelwin! Let's fucking go, Baby-Chance! Mach das auf, lass die Affen außen so, Chat! Digga, droppt doch bitte Minis, Minis, Minis droppen! Für ne Hit! Oh mein Gott! Das ist Savage, das ist Savage, das ist Savage. Der High Ground? Was?! Und Muni! Nein! Die haben Aqua gekillt! Oh mein Gott! Zehn Bills noch! Zehn Bills noch! Zehn Bills noch, Chat! Auf High Ground 24 vielleicht! Ja, aber die Kommentatoren sagen zu denen Savage und so. Ja, ja, die Backtracer. Ja, so dumm, ich muss mich auch scharf fragen. Ah, weil die Fans sind... Die haben Aqua geschittet. Aber das ist egal, Chat, weil Aqua ist eh schon Qualled! Die Bung ist brief, die Bung ist brief! Die Bung ist brief, die Bung ist brief! Noah, top 10! Bitte nicht! Oh, das ist doch schwer! Bitte nicht! Mixen lädt noch! Yes! Oh mein Gott! Savage alleine! Savage alleine, Chat! 44 Punkte! Also wenn ihr jetzt hier den Sohn klatscht, deines Lebensrautsch, ist krass! Bitte! Bleib in der Zone! Bleib in der Zone! Keine Mets mehr! Boah! Null Blitz! War er tot! Noch nicht! 50 Punkte! Wie kann er noch leben? 52 Punkte! Ist nicht voll! Glaub ich! Könnte reichen! Ist nicht! Ist nicht Grollt! 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 50! Wir hatten davor 12, glaub ich! Das reicht auch nicht, glaub ich! Oder doch! Das kann doch! Das reicht, glaub ich! Das reicht! 64 Punkte! Seti! Ah! Das ist die Sahne wieder! Kami und Seti! Ah, wo Wingo mit drin! Ich kann das nicht mehr! Das ist ein Kracher! Aber mockt! Ja, ich mocke ganz toll! Also wenn ich jetzt wieder an beide 50 giften muss, Chat, dann hör ich auf zu wetten! Ich mein's ernst! Also dann hör ich auf zu wetten! Wir gehen rein! Top 25 qualt sich! Mal schauen! Ja, okay! Noah und Akbar sind im FNCS Finale! Sind sogar erster Platz hier vom Upper Bracket Finale! GG's! Hen und Vaske direkt auf der 2! Baba mäßig! Ja, wie guckst du das? So! Pablo, Wingo, Bevis auch im Finale! Kami und Seti im Finale! Das ist dein Pferd, ne? Diox und Kate! Gleich im Finale, ne? Kein einziger neuer Name! Guck mal! Vaske, Bevis, Seti, Noah, Kate, Giras, Dundiel, Nathan, Pixel, Putrik, Vox, Nate, Lane, Rolko! Rolko! Das sind alles, die sind alle! Das sind alles Leute, die man kennt! Die sind alles Leute, die man kennt! Grolz! Mixen! Yes! Naps, Mixen! Hast verloren! ArtSkill! So, diese Leitzen! Hey, iDrop und Naps hab ich geholt! Das waren meine! Danke, Du! Ich meinte doch 20! Aber die kennt man alle! Na klar, Bro! Astral! Nein! Astral, äh, contestet euch oder was? Nein, nein, wir hassen euch! Andilex auch noch! 24 ist Saphir! Und 25 kommt rein, wenn's nicht, Mongol und Savage ist es F! Ja! So, die gibt's ja auch noch! Oh mein Gott! Tiebreaker! Tiebreaker! Warte, wie gibt's auf 25? Eliminierung mehr! Oh mein Gott! Ein Kühl mehr! Das ist krank! 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 Also, das ist geistergeschwitt! Lower bracket fängt an! Digga, wir sind da! Hä? Wo kommt denn die hin? Ich bin actually auch nervös gerade! Digga, es geht um so viel Geld gerade für uns, Chat! Wir haben die krassesten Pferde-Wetten, glaube ich, jemals! Oh! Und? Ich hab jetzt schon das... Ich hab dreimal gefragt, wer hat welches Pferd jetzt! Jetzt will ich's nochmal wissen! Ich hab Renzi und Vortex hier! Ich hab Moe, ich hab Marco und Firehunter und Mone und Lunax! Amar, Sidney? Ich hab Chico, Trulex und Skydune! Mhm! Ich hab Chap und Kahn und Ruban und Axe-Force! Okay, okay! Ja, Vardial! Vardial und Dings ist glaube ich safe! Glaubst du so schnell? Ich hab nicht mehr zugehör... Ich weiß immer noch nicht, wen ihn lesen hat und so! Ich hab noch Darklist und Darklist! Das ist so schnell gecheckt halt! Autsch! Ich hab auch so... We just missed the game! Der wird schon mal rein, nicht reingekommen! Was? Schöne! Nein! Halt's Maul! Also der komplette Bruch? Ja! Sie sind nicht drin! Nein! Das ist der komplette Bruch! Was?! Was?! Ist Savage Qualt? Ist Savage Qualt? Ist vorbei! Ist vorbei! Die sind nicht reingekommen! Nein, ich glaub keiner wird gebannt, oder nicht? Nein, die sind einfach nicht reingekommen! Die sind einfach nicht reingekommen! Einfach nicht reingekommen! Oh mein Gott, das ist ein Brücher! Es wird jetzt auch nicht restartet, sag ich, oder? Das wäre geisteskrank jetzt! Bro, aber du kannst nicht restartet werden, weil das ist halt... Das ist alles mal geil, Dicke! Nein, das kann nicht passieren! Er soll traurige Musik machen und die wollen wir auch nicht promoten! Anscheinend, ein random Team ist in... Konnte reingekommen, Lore Bracket! Ein random Team! Nein! Statt Savage! Es ist Mel 2011 und King Usas sind drin! Aber El 2011, der ist dreizehn! Der ist dreizehn! Der ist zwölf vielleicht noch, oder? Der ist vielleicht auch zwölf und queutet da nach Heathrow! Das ist krass! Jetzt vorholt er auch noch! Boah! Ich krieg gar nicht zu viel, Dicke! Bei mir irgendwas kracht hier gleich! Jetzt wird er nicht restartet, oder? Ja, jetzt wird er nicht restartet, oder? Ja doch! Einer drin, der nicht dabei sein sollte eigentlich! Sicher? Ja, dann eigentlich ja! Ja, ja! Achso, ja, okay! Dann Hoop hast du tweeted! Aber wie wird sowas denn kommuniziert, da vorholt? Gar nicht! Gar nicht! Die Runde wird zu Ende gespielt! Die restarten dann eine halbe Stunde später oder so! Normalerweise! Die letzte Runde wird dreimal wiederholt! Und dann in der letzten Runde wird der dritte! Hä? Was ist das denn? 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 Ja! Warte! Zeig mal her Frankie! Frankie! Hi everyone! Live in the Rocket! Alle schreiben immer noch Restart! Ich sag nix! Du kannst lächeln und nicken! Ja, ja! Guckt jetzt! Guckt jetzt! Hier! Die sind beide voll riesig, ne? Ja, ja! Können wir jetzt gleich nicken? Immer noch ein bisschen nicken! Jetzt gleich nicken! Jetzt gleich nicken! Level 2K würde am liebsten irgendwas sagen grad! May, what a shithouse! Happy Games! Warte! Was war das? Warte! Was war das? Wexler! Reset! Ich hör dir eh nicht mehr zu! Ist game vorbei? Der wurde einfach gerade mit! Ja! Aufgebrochen! Echt jetzt? Kickt oben aufs Herz! Auch süß! Übrigens! Bei jedem streamen bei dabei auch! Ah! Auch bei set! Ne! Wenn man den anderen sieht auf dem Screen, wird man auch dropped! Da mal! Heißt du's nicht was das? Hm? Wenn man den anderen Gleiter auf dem Stream sieht, dann wird man auch dropped! Das heißt, er wird auch dropped! Ehrlich jetzt? So wie Savage jetzt, meinst du? Ja, ja! Ja! Outdropped! Was? Nein, nein, nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich sterbe! Die haben gewonnen, die haben gewonnen! Ja, die haben echt gewonnen! Ja, die haben echt gewonnen! Der hat gewonnen! Hä? Deiner hat Biggie gepumpt wahrscheinlich! Was? Oh mein Gott! Die SMG ist so kack, ne? Ja! Einer's knock! Einer's knock! Er kann resen! Äh, drop ihn deine Metz! Wer hat den genockt? Äh, von außen! Oh mein Gott! Er geht hoch! Er geht hoch! Er geht hoch! Bitte, Bro! Haule! Setz dich! Let's fucking go, Baby! Oh! Oh mein Gott! Servisch Mungral! Ja! Mad Kid, alles! Ey, warte mal! Er hat einfach die AR bekommen! Drop deine Pump! Mad Kid! Mad Kid! This is massive! Das ist gewonnen! Das ist gewonnen! Das ist gewonnen, ehrlich! Savage ist voll! Chat! Da bist du in den Chat, Baby! Da bist du in den Chat, Baby! Warte, ich will deren Reaction da drauf haben! Let's go, Mungral! Chat! Spam! Wassermelone! Und die Spam! Alle schreiben F! Was passiert? Alle schreiben F! Stream es aus! Stream es aus! Stream es aus! Stream es aus! Ja, genies! Stream es aus von Jammer! Okay, okay! Guck mal, Mungal wird er fachsomatisch besser! Siehst du das? Er sieht wie gerade ein anderer Mensch geworden! Wir haben keinen Coach, die das ist im Sagen gewesen! Und da haben die einen Coach! Ach du Scheiße! Jungs! Ihr könnt nicht jetzt an Stack enden! An-ans enden! An-ans enden! An-ans enden! Boah! Krass! Alter! Oh! Digger, Mungral ist ja Prime! Mungral ist ehrlich! Alle, die doubten, sind Hunde! Ja! Boah! Alter! Let's go, Mungral! We never doubted you, Bro! Ich schweige, wenn du jemanden möchtest! Ja! Nicht hide! Nicht hide! Nicht hide! Nicht hide! Sag was, Bloodix! Bloodix, du alte Sau! What? Are you good? Peace! Wir weiter fly! Crank! 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 Bloodix redet nicht! Also Bloodix wirklich! Geh auf! Geh auf! 21 Uhr auf! Hinter euch zu machen! Hinter euch zu machen! Jetzt halt! Jetzt halt! Jetzt halt! Hää? 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 �ään! � k Paa… Moana ist viel besser als Reaisn! Moana, Moana ist so viel besser als Reaisn. Jetzt die Sniper! Jetzt die Sniper! Jetzt die Sniper! An Schallfahrten! Snipe! Ja! Nein! So wie früher! So wie früher in Trios! Ich weiß noch ganz genau! Minus 100! Minus 100! Oh mein Gott, was passiert jetzt? Nein! Oh nein! Das war komplett gesailed! Er hat ihn einfach nicht anschließen, er hat einfach über ihn gehen sollen, erst mal. Das ist gottlos. Bitte. Savage hat das, Savage hat das. Mike, you go, Mike. Oh, wer ist Mike? Bladix, auch wie man mal callen kann, aber egal. Digga, Bladix, call doch bitte was. Oh Gott, warte mal, Savage hat das. War die alle im Prime mit Savage? Ja, ja. Warte mal, warte mal, Enginer geht auf Heid, Enginer geht gerade auf Heid, Top 8 Situation, 58 Punkte, Ted. Das ist die halbe Miete. Und du hast ihn nicht genommen, weil es fährt. Du auch nicht. Und du hast ihn nicht genommen, weil es fährt. Was? Warte mal. Bau bitte, bau bitte. Warte an. Keine Mess mehr. What? Schieß, schieß. Das ist so schlau. Jetzt runter auf Logo, wäre richtig gut. Das war echt schlau. What? Oh mein Gott. Nein. Savage. Nein. Warte mal, 1v1. 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 Oh mein Gott. 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 Aber das ist ein Scherzpartner. Der hat die Scherzpartner. Ich habe Gänsehaut. Oh mein Gott. Einfach auch so bezeichnet 1v1 und dann könnt ihr hier die beste Map spielen. Geht auf Punkte! Geht nicht! Geht doch aufs Stream! Es war auch krass gecallt von BloodX alles, muss man echt sagen. Ja, also BloodX hat so gut gecallt auch tatsächlich. Ohne den hätten wir niemals gewonnen. Also ohne ihn wirklich hätten wir niemals, niemals gewonnen. You would never, never achieve the win without BloodX. Ich hab Tomaten drauf. Aha, weg! Buckte, Buckte, Buckte! Ja, aber ich seh mal, die brauchen zu callen, die brauchen 105. Digga, Chat, 100% werde ich NA Central schauen. Digga, ich hab so Bock. Sind da Gabeln? Ja, gibt es. Oh ja, Edi. Hast du meinen auch auf dem Teller gesagt? Das ist Motor. Let's go! Nein, ich hab noch. Finally! Finally! Let's cross! New fucking double years in the Chats! Nein, steht auf dem Kleider da unten. Digga, so geil, Chat. Die haben gerade gesagt, die brauchen noch 30 Punkte. Nein, niemals, glaub ich nicht. Hab ich auch nicht. Chat, wir dürfen auch niemals nicht belieben, weil, guckt euch mal gestern an. Pink hat sich ganz alleine callt und hat einen kompletten eigenen Sieg geholt. Und Axt of Horse geht down! Ja, an den muss man nicht belieben. Das Kreuz. Vortex, ja. Vortex, ja. Vortex, ja mit der Big Pump. Oh mein Gott, er holt sich Kahn. Nein, nicht Kahn. Er holt sich Kahn, Chat. Noch nicht. Lebt er noch? Oh, der lebt noch. Oh, Digga. Was? Nein. Warte mal. Ist er am Cheaten? Kahn war noch alive. Ja, du. Ja, du. Wer sind jetzt weiter? Ohne mit einem Kill auf Skydune. Scheiße. Geil. Warte mal, aber Skydune so weit gekommen? Nice, freu ich mich drüber. Digga, Kahn auch noch da am Leben alleine. Dark is auch noch alive. Die sind alle alive, unsere ganzen Pferde. Ja. Da stimmt als Ernst die Frage. Das ist nicht cool. Texer und ein Kill, also Renzy. Mach ihn doppelt Metcalf Play. Nicht blöd. Das lernt sich safe, 100%. Mone tot. Warte mal, da ist die Tag. Da ist die Tag. Er muss die Tag mitnehmen. Der Kahn ist dead. Und Dexer dead. Er ist die Pum besser. Er ist ja okay. Trotzdem ist die Tag besser. Wer ist das Edit Curse? Das ist Renzy und das ist von Badeal. Ja. He-Jax Gold. Mhm. Cool. Von King. Der holt die Runde. Das ist auch nicht. Warte. King kurzsicht, Digga. King wird einfach Grey sein, Chad. Ich war es nicht. Das werden das für kranke Viewer im Grenz? Ja, ja. Der hat einfach eine Million Viewer oder so. 100%. Guck mal da oben. Digga, King. Das ist William. Das ist nicht voll. Also, es ist ehrlich gut. Wo ist Tilsemann? Tilsemann Hasst ihn. Guck mal, alles rein. Wo ist Tilsemann? Oh! Keine Mets! Warum sagt der Coach nix? Guck mal hier, King! Guck mal hier, King! Guck mal hier, King! Guck mal hier, King! 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 Was? GG's. Er ist ein GG. Digga, ist das krank, Bro. Also... Hat er gestreamt, King? Hat er gestreamt? Nein, nein, nein. Bro, Chat, das ist das krasseste, was passieren kann. Mungral und Mr. Savage. Erste Runde Win. Danach King und Karme. Make Space, Digga. Wir gehen rein in die Standings. Top 15 quallt sich. Das sind die letzten 15, die sich quallen können. Und King und Karme auf der 1. Und Mr. Savage und Mungral auf der 2. Robert Kebab mit Axe Force. Den hast du, Sidney, ne? Ich jetzt. Tini und Mischa sind mit dabei. Ey, Abafu auch. Obwohl Vardial gesagt hat, der ist tot. Wen haben wir noch? Shamoki und Weed. Spinaldo? Sein Arsch, Digga. Er wurde letzter Platz in Upper Bracket. Vortexia ist auch kurz vor dabei. Sky Dune und Sheikos. Das ist deins, oder? Ja. Darkis ist kurz vor. Chap ist kurz vor. Bei mir sind kurz davor beide quallen. Da war Chico Trolex. Chico Trolex, ja. Ist irgendjemand mit gar keinem dabei? Wo ist denn diese Mone oder so? Manny Baker ist down bad. Also der kommt auf jeden Fall nicht hoch. Guck mal, Top 15 brauche ich jetzt gerade 68 Punkte. Ich würde sagen, so 98 reicht. 98 reicht, glaube ich. Lines, danke für den sechsten Block. Jeremy, auch mit den 100 Bits. Tag. Boah. Noch eine Pump. 50 White, 50 White. 50 White. 50 White. Nein. Uuuuuh. Wer meck ist? Digga, wenn über innen einer ist. Ist er? Oh, er hat abgebrochen. Er hat gesellt. Das war er weg. Oh mein Gott. Warte mal. Mongar muss in der Nacht gehen, sonst sieht sie raus. Er muss hoch aufs Haus. Er muss hoch aufs Haus. Ja, er muss die andere Schrottgenauern nehmen. Da sagt er, die Kul getodete. Nein. Wenn er das hat, ist Mongar der Golden ist besser als ich. Er muss nur einen holen und finishen. Oh mein Gott. Anderes Team, Anderes Team. Die laufen. Ja, Toto, Toto. Das ist so scheiße. It's not a fucking way. Scheiße. Jetzt wird's einfach nur... Jetzt wird's... Also, einfach preen auf die Teams, die in den Top 20 sind und Top 25, dass alle sterben. Wenn die jetzt nicht wollen, ne? Aber irgendwie sind alle Top 30 Teams alive. Alle. Chat, jetzt alle mal believen. Jetzt alle mal believen, Chat. Chico und Rulex. Letzte Runde. Top 15 qualifiziert für FNCS Finale. Das Ganze findet nächste Woche Samstag direkt statt. Haltet euch nix. Also, haltet euch dort bereit für die Viewing-Party des Grauens. Darky und Darkids komplett chilling im Second-Player-Highground. Verstehst du das? Ich seh's. Deine Subs. 32 Leute, Live-Chat. Top 19. 94 above Search hier, dieser TG, no? Darkis mit nem Kill. Ja, krass. Weiß ich nicht mehr. Ist mir auch egal. Geld, Geld, Geld. Skydun und noch ein. Uh! Das ist nicht... Up and over? Up and over? Das ist du längst. Warte mal. Das hier war nur noch kurz. Oh! Ab und tot! Yes! Ab und tot! Ab ja! Und guck mal Darkis mit 35 Whites! Und Zone Pullback! Geh für die Mets, Darkis! Pop deine Floppa! Ja! Pop sie! Ach du Scheiße, ne Frizzy gewinnt. Das ist doch schlecht. Bro, ich gewinn alle Top 30 Teams sind noch live. Fast Roken so auch. Oh, oh. Ich will das alles gerade hier nicht, Chat. Darkis nicht down gehen, Darkis nicht down gehen. Ich will das jetzt hier alles gerade nicht. Jabco, wenn der down geht, ist gut. Jabco muss down gehen. Jabco muss jetzt sofort down gehen, am besten. Er geht down, er geht down, er geht down. Nee, wenn er Top 10 bekommt, er geht down, er geht down. Er geht down, er geht down. Boah! Ja! 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 Digga, Darkis, alter Bruder. Bruder! Boah! Fast Roken? Fast Roken. Oh, Darkis, du geiles Roken. Qual, mein bester Hill. Springen, mein Pferd. Verstehst du das? Springen! Wie heißt das Sprichwort? Ein Pferd springt so weit, wie ein Pferd springen weit muss oder so, Digga? Du Scheiße, das ist so schlecht. Darkis tot, fick mein Leben. Warte mal. Fast Roken. Fast Roken. Top 6. Die Frizzy gewinnt. Oh, Teenie gewinnt. Teenie gewinnt. Teenie gewinnt. Teenie gewinnt. Aber Kasper, er muss aufbauen. Nein, das ist schade. Das ist schade. Kasper, Lan. Kasper. Die haben nur Places, es werden nur Places-Punkte angezeigt. Es werden nur Places-Punkte angezeigt. Ehrlich jetzt? Ja. Guckst du 56 auf beide, obwohl die mehr Kids haben. Man weiß gar nichts. Oh mein Gott. Aber Arian hat overtakes und der war richtig weit unten. Das ist so schlecht. Teenie hat das. Ja, das ist so schlecht. Teenie hat das. Okay. Vorbei. Vorbei. Ich weiß nicht. Ich kann es gar nicht einschätzen. Aber ich glaube, Qualt. Ich kann es nicht einschätzen. Ich sage euch jetzt so, wie es ist. Das ist das heftigste Qualt, was wir jemals in unserem Leben gesehen haben, Chat. Digga, wieso war ich nicht hier die ganze Zeit? Ich bin dumm. Ja. Das war ja komplett entspannt. Guten Morgen, Digga. Wir gehen jetzt rein, nur die Top 15 Qualt. Alle anderen sind komplett raus. Es ist soweit. Mach. Ich hoffe, ich habe dreierhaftig alle festgehalten. Schnallt euch an. Kommt rein. Angeschlagen. Hilfe. Oh mein. Nein, 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 nein. Wenn ich die Punkte hier schon sehe. Doch sieht gut aus. Doch sieht gut aus. Okay, Chat. Wir haben... Teenie und Misha sind Qualt. Axe Force Qualt. Shakers und Skydune. Ich hatte Shakers, ne? Ja. Ja. Oh nein. Warte mal. Chiara und Garbix. Ach du Scheiße. Weed. Daki und Darkis, das bist du. Ach du Scheiße. King und Kami sind Qualt. Wer auch immer das ist. Ken ich auch nicht. Nein. Chapix ist Qualt. Könnte arme Mann sein. Ja. Ja. Ich glaube ich habe 300 Sobsweilhonen. Mr. Savage und Mungral Qualt. Komm, 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 komm. Nein. Oh ja. Nein. Zum Glück. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Von uns allen ist ein Team drin. Wir haben alle eins, Digga, für Goring, Roki. Zahne. Wo ist Vortexia? Du Hund? Luck? 94 Punkte. Oh mein Gott. Digga, das sind die Koffe nicht drin. Der erste Win hat gereicht beim Roka. Fast Roki konnte sich callen. Leider nicht gecallt. Hätte er noch zwei Kills geholt, wäre er wahrscheinlich drinnen gewesen. Sogar mehr Average Kills. Das ist unlucky. Dickes GG an ihn. Chico, Trulax, Digga. Also wirklich. Alter, ich hatte gerade so Angst. Chep, Chep und Kahn. Leider Gottes auch nicht call, Chat. Wen haben wir dann noch hier? Pardo, Sai und Snazy. Gut, hab ich die nicht genommen. Gott sei Dank. Slowie und Sweezy war ich auch kurz davor zu nehmen. Also sehr viele Franzosen nicht drin. Darüber freust du dich aber gar nicht. Rico und Banner und Moneymaker. Are you sure? Are you sure? Shut up, bro. Are you 100% or no? Machen wir an der Iteration. 100%. All games finished. Yeah. Oh mein Gott. Bladex, Bladex, freust du, weil er letztendlich 50 Millionen kriegt sein. Geil. We call a fire boys. 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 Yes, bro. After all that. Oh my fucking groooots. Der Wind, Digga. Ja, tote Wind. Der Wind, ich will literally kiss you guys right now. Okay. Ich nehm auch ein bisschen. Oh mein Gott, we call a fire to grinds, mon roo. Bro, das ist die todeste Reaction. Ich hab dich nicht hier und ich dachte, der Rossa ist jetzt aus. Brodex, Brodex. We did it, bro. Brodex. We did it, bro. Brodex. We did it, bro. You're the best, bro. You're the best coach. Nein. Immer und Oli raus. No, I don't think so. Die haben maximal... Eine 60-ige. Yeah, let's go, baby. Let's go. GG ist der Wind. Bro, they prayed on your downfall. They prayed on your downfall. They prayed on your downfall. They prayed on your downfall, bro. And I'm here. I was sitting here, süchtig, cheering. Let's fucking go. Der Solo-Clatch. Yes, that's why we fucking play our 1v1 map. 2v1-W Sax atención